Weiter geht's mit der Atmung. Und dafür aktivieren wir erstmal unseren Atemmuskel, das Zwerchfell. Wo ist denn das überhaupt? Das geht hier so an den Rippenbögen entlang, da ist es befestigt. Bei meinem Kollegen auch hier. Der war übrigens nicht nett zu mir, deswegen sieht er so aus. Und hinten an der Wirbelsäule. Ihr könnt euch das vorstellen, dass das Zwerchfell hier so drinnen liegt. Und wenn es sich jetzt nach unten zieht, entsteht ein Unterdruck. Wir atmen ein. Und beim Ausatmen zieht es sich wieder zusammen. Wir atmen aus. Ein, aus. Und das kann man auch mal selber so wahrnehmen. Und dabei gleich das Zwerchfell ein bisschen aktivieren. Das geht mit wunderschönen Konsonantverbindungen wie Pst oder Pst. 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 Nehmt euch einfach, was euch davon am besten gefällt. Und macht mit mir mit. Pst. Pst.